so und da sind wir wieder bei der neuen folge von our watch diesmal in verteidigung okay in der verteidigung lasse ich ja hier wieder mit gelten das ja legitim so spiel ich reinhardt schadet zu mit verlassen beigetreten verlassen der gerechtigkeit wird genüge das wird eine glorreiche schlacht angreifer in 30 sekunden erwartet wenn wir probleme gibt bin ich welchen plan ja jetzt haben wir zehn jahre und an nach praktisch zwei heiler damit da war ich zu bisschen zu forsch das werde ich morgen früh ganz bestimmt spielen sollte ich vielleicht darauf gehen das 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 ja whatever die hat mich geklickt während sie umgefallen ist echt jetzt wo bin ich denn jetzt geht er falsch nein jetzt kommt von hinten auch noch zwei typisch oder von der Seite oder was auch nicht auf nicht, na auch ich stürze mich wieder eins getömmelt oooh Erstmal heilen. Ach, sie haben schon den Checkpunkt erreicht. Damn it! Das ist eure gerechte Straft! Doch lasse ich den Hammer nicht fallen! Ich bin schon wieder irgendwo. Bis ich da mal ankomme. Die Stunde hat geschlagen. Hey, die fliegen da um mich herum. Weißt du, wenn ich da Leistung verstärkt habe, ist keiner da. Und sobald ich da ein bisschen geschwächt bin, kommen sie von allen Seiten daher. Oh fucking... Da... Fucking... Uh... Weedermaker ist IFK. Kommt sie schon wieder von allen Seiten Bitte Was machen die anderen Das kann es ja nicht sein Bisschen daneben Wo ist unsere Superheilerin? Nirgends Ah jetzt kommt die Heilerin Wo alle tot sind Die haben einen hundertprozentigen Teleporter Die Stunde hat geschlagen Die Barriere hält dich ewig Ich werde niemals aufgehen Knallt die von den Himmel ab Die haben hundertprozentig ein Ding Ein Teleporter Da sind schon wieder ein paar Die können nicht so schnell daherkommen Oder die haben die überhaupt Senata Ah, Senata sage ich Zaria Symmetra Aber ne, haben wir nicht Können keinen Teleporter haben Ey, jetzt kommt die von hinten auch noch Okay, das war's jetzt Das sind zwar Nur noch 20 Sekunden, aber Oder Oder Ja 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 Särchen Särchen Boah, das war noch knapp Genau, in den letzten Sekunden Ah, na gut, aber zum Glück gewonnen, dann würde ich sagen, was das für heute mit Overwatch und morgen gibt es dann wieder eine Folge. Bis dahin, ciao, ciao.